Moin Reis! Heute neue Ziehung. Die dritte Ziehung im Dezember, das bedeutet, sind noch 36 Loser für euch da, also 36 Gewinne in unserer Papa-Schlumpf-Nikolaus-Weihnachtsmütze drin. Also eine ganze Menge für euch noch zu gewinnen. Bevor wir gewinnen, mal gucken, ob ich das hier so zeigen kann. Ich kriege ja viele Sachen von euch, manche so sehr fokussiert, Hunger oder Durst und manche so ganze Sätze, ich möchte gerne teilnehmen und so. Also manche schicken auch noch was dazu, also Bildchen oder wie ich finde, das hier so total cool. Moment, will es wieder nicht. Schaut mal hier. Ah, das geht wieder nicht. So, hier. I need food. Ist das cool? Für die, die es noch nicht gesehen haben. Ja, man, deutlicher kann man seine Teilnahme an unserem Super-Gewinnspiel zur Hello, Martin, Nikolaus und Adventsaktion des Wirtschaftsformularies gar nicht mitteilen. Deswegen schreiten wir sofort zur Tat. Wie gesagt, 36 haben wir noch hier drin. Ich nehme mal hier das. Das ist los. Hab ich bestimmt geknubbelt, aber meine Frau hat gesagt, ich soll das jetzt nicht weiter thematisieren. Soll mal was Neues ausdenken. Gebe ich mir mir bis Samstag. So, und was haben wir hier? Autohaus Messing. Autohaus Messing auf der Empler Straße. Ich weiß, 20 Euro wird nicht zu einem neuen Auto reichen, aber guckt doch mal wenigstens. Es muss ja nicht ein neues Auto sein. Es kann ja auch Zubehör sein. Es kann ja auch eine Inspektion sein. Es kann ja auch, bei Messing weiß ich das. Die haben ja so eine Tankstelle noch da vorne dran. Könnt ihr auch dafür einsetzen. Oder so kurz vor Weihnachten mal schick machen. Also jetzt nicht für euch, sondern für das Auto einmal waschen. Geht auch. 20 Euro. So, und wer kann diese Entscheidung jetzt treffen? Gucken wir hier. Ich bin immer noch sprachlos, weil das zweite Mal über 60. Wir haben 61, in Worten 61, Zuschriften per WhatsApp bekommen, erhalten. Genau. Richtig. Das ist immer Migrationshintergrund. Und inzwischen muss sogar meine Tochter knubbeln. Ja, alle Frau und Mann schaffen es nicht mehr alleine. 61, ich nehme das hier. Diesen Knubbeln. Ach, eindeutig meine Frau geknubbelt. Egal. Warum geht denn das hier nicht aus? Mensch, wir müssen jetzt hier zum Messingpferd. Das geht doch gar nicht. Dann muss ich nochmal umtauschen. So, hier ist eine Nummer und ein Name. Die Judith Döring. Judith Döring fährt zum Autohaus Messing, entweder um ein neues Auto zu kaufen oder irgendwas anderes. Judith Döring, herzlichen Glückwunsch. Und ja, wir telefonieren heute. Und dann finde ich raus, wo du wohnst. Und dann überreiche ich dir den Gutschein. Herzlichen Glückwunsch. Nummer zwei. Ich nehme das. Zweiter Gutschein heute. Zweiter Gutschein. Boah, Mensch. Beknubbelt ist auch nicht einfacher. Bekleidungshaus Wessendorf. Bekleidungshaus Wessendorf. Neues Mitglied dieses Jahr geworden. Und mein persönlicher Favorit, als ich den Gutschein abgeholt habe, mein persönlicher Favorit war diese grün-weiße Mundschutzmaske, so für Schützen. Fand ich cool. Und ich glaube, ich muss da nochmal hingehen. Vielleicht zeige ich euch das beim nächsten Mal. Bekleidungshaus Wessendorf. 20 Euro. Wir haben nicht nur Schützen-Sachen, sondern auch andere Sachen. Wer geht da hin? Wer geht da hin? So, ich guck mal. Ich nehme mal den hier. Ne, falsch. Da waren zwei. Darf ich nicht. Sondern eins. Einen. Den haben wir hier. Und wer geht da hin? Zum Bekleidungshaus Wessendorf. Ich glaube, falsch. Das ist das, ne? Einen Namen. Ich kann einen Namen lesen. Ja, ich weiß. Soll ich ihn auch vorlesen? Michel oder Michel Berten. Michel Berten. Zum Bekleidungshaus Wessendorf. Und mal gucken, was die da so haben. Michel Berten zum Bekleidungshaus Wessendorf. Und die Judith Döring geht zum Autohaus Messing. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Vielen Dank an alle anderen, die wiederholt. Immer wieder versuchen hier was zu gewinnen. Und ich möchte euch ermutigen, macht weiter mit. Weil wir haben noch Gutscheine, die reichen. Bis Februar. Also da sollte für jeden was dabei sein. Und es gab ja nicht nur Erstgewinne. Ihr habt ja auch gesehen bei Facebook, dass es schon Wiederholungstäter und Täterinnen gab. Deswegen fühlt euch bitte eingeladen, mitzumachen. Eingeladen mitzumachen. Wobei, naja, bei unserer Hello Martin Nikolaus Advents Aktion vom Wirtschaftsforum Reis. Ihr müsst nichts anderes tun, als eine WhatsApp mit Hunger, Shopping oder Durst. Oder allem drei an dieser Handynummer zu schicken. 0163-700-7676. 0163-700-7676. Das ist die Nummer eures Vertrauens. Dort schickt ihr bitte ein WhatsApp hin. Wann? Ab sofort. Ihr macht die nächste Zierung am Samstag. Samstag ist der Zwölfte. Das heißt, ihr habt drei Tage Zeit, darüber nachzudenken, was ihr denn wollt. Also Hunger, Durst oder Shoppen oder schickt mir irgendwas. Ihr habt ja gesehen, was es alles so Witziges gibt. Damit ihr hier reinkommt, in diesen Helm. Weil dort ziehe ich die verbleibenden 34 Gutscheine. Nicht alle am Samstag, aber bis zum Februar. Deswegen viel Erfolg, aber viel wichtiger. Bitte, bitte gesund bleiben. Lieb bleiben. Aufeinander aufpassen. Aber auch auf euch selbst aufpassen. Damit wir in dieser Situation mal ein Stückchen vorankommen da draußen. Und wir geben weiterhin unsere Bestes. Und wir sind das Wirtschaftsforum Reis. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Bis dann.